Ey, wie verbluten. Ja, ja. Ja, ich seh alles bummerig. Mein Arm. Was mach ich jetzt? Ich geh jetzt zur Treppe. Ich steh jetzt neben der Treppe. Die sollen mal aufhören, dann mit diesen Erschrecken. Oh, bitte nicht. Wovon wir jetzt hin? Was wollen wir jetzt machen? Ich hab fast gekotzt, während die mich versprochen haben. Warte. Was denn? Wir müssen die Treppe hoch, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh jetzt die Treppe hoch. Wir sind doch eh schon am Arsch. Mehr als sterben können wir jetzt nicht mehr. Aber die sollen mich nicht erschrecken, die Penner. Ich bin oben hochgegangen. Ich auch. Ich drück jetzt den scheiß Knopf. Der ist auch grün am leuchten. Ja, ich hab gedrückt. Stairs. Guck mal, da gehen die Stairs runter. Krass. Das kenn ich gar nicht. Ja, genau. Kennst du das noch? Nee, ich hab das nur in der Demo mal gesehen irgendwie, wo wir da was machen wollten. Da gab es doch so viel zu machen. Alter, was ist denn los? Unser Arm ist ab, Mann. Oh mein Gott. Scheiße. Ich trau mich doch gar nicht jetzt hoch. Ich bin jetzt hier vor der Treppe unten. Wollen wir zusammen jetzt hochgehen? Ja, genau. Komm. Ich laufe jetzt hoch. Okay. Ich auch. Ich bin jetzt gleich oben. Voll dunkel. Jetzt bin ich oben. Jetzt wird es heller. Jetzt wird es hell. Genau. Ich laufe weiter. Jetzt speichert es. Jetzt speichert. Oh mein Gott. Rechts aus der Tür kommt die jetzt wohl nicht raus. Ja, genau. Da kommt die jetzt rausgesprungen. Mia. Hör auf, Mia. Mia. Ich guck rein. Da ist nix. Das ist so ein Raum. Ich geh da rein jetzt. Ich bin drinnen. Hier liegt was. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Pistolenmoni... Ja, da ist eine Pistole. Mit Pistole und Polis... Pistolenmonition. Alter, ich hab mich erschrocken. Da ist so eine Puppe am stehen. Ich kann nicht drauf geachtet. Hier ist Medizin. Da ist die Pistole auch. Genau. Wieso kann... Jetzt... Geil. So schießt, Mann. Geil. Okay. Oh mein Gott. Nein. Ah, wenn der redet, Alter. Da schrecke ich mich immer voll. Jetzt denkst du, das ist ein anderer. Ich will jetzt irgendwie meinen Arm wieder ranbinden. Oh mein Gott. Haben wir keine Arznei? Arznei. Wie denn? Kann man nicht nehmen. Was sollen wir machen? Ich mach jetzt die Tür auf. Ich werde die jetzt erschießen. Ich hab die gar nicht zugemacht, oder? Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Ich hab voll Angst. Ich mach jetzt die Tür auf. Genau. Ich hab die schon offen. Ich guck schon um die Ecke. Ich bin voll mutig mit Pistole. Ich lauf jetzt zu der nächsten Tür um die Ecke. Genau, ich geh jetzt auch zur weißen Tür. Ich hab die ein Stück aufgemacht. Einen Spalt. Da stehen so Puppen, seh ich so, wenn man da so reinguckt. Man kriegt bestimmt Trophäe, wenn man eine abschießt, ne? Aber ich will meine Patronen nicht verschwenden. Ich hab jetzt aufgemacht. Hab ich nicht gesehen, so ein Erfolg. Genau, hier ist ein Bett vor uns, ne? Da sind Kippen. Ich mach erstmal die Tür zu. Ich nehm mir die Kippen. Ah ne, Pistolen. Ne, ich lass die Tür offen, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was, was denn? Ne, ist doch gar nichts. Ne, ich bin gegen die Kisten gelaufen. Das macht so komische Geräusche. Jetzt Pistolenmunitionen, keine Kippen. Ich lass die Tür nicht auf. Das war voll krank. Beim Demos ist ja manchmal auch gefolgt, wenn man die Tür auflässt. Mach ich dir auch lieber zu. Ich bin jetzt hier in der Mitte. Ich bin bei den Puppen. Ich bin genau bei den Puppen. Genau, ich auch. Ich steh genau vor dir. Ich glaube, ich schmeiß mal eine um. Ich lauf dagegen. Ja genau. Beide umgeschmissen. Ich wette, die stehen gleich wieder ganz anders da. Gibt's hier noch irgendwas? Da oben geht man hoch, ne? Und man kann auch rechts. Ja, aber man kann hochklettern. Ja, aber man kann hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die kommt da oben mit Kettensäge. Ach so scheiße, voll gespoidert. Geh die Leiter hoch. Schieß dich ab, du Fotze. Aber wie kann man... Muss man wieder runter? Muss man wieder runter dann? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, Mann? Was soll ich denn machen? Hau ab. Lass mich doch in Ruhe. Ah, Alter. Alter. Geh Ruhe. Alter. Was soll ich denn machen? Alter. Oh nein. Lass mich doch in Ruhe. Alter. Oh mein Gott. Lass mich... Alter. Alter. Ey, ich bin tot. Alter, ich auch. Oh, scheiße. Scheiße. Was denn los? Was soll man da machen, Alter? Scheiße, dass ich gerade so gespoidert habe, ne? Ja, aber ich habe dir auch in den Kopf geschossen. Gar nichts passiert. Also... Die ist immer nur so zurückgeschreckt. Ich glaube, man muss in die nächste Tür aufmachen und einfach wegrennen, oder? Wollte ich nämlich gerade machen, da hat die mich aber erwischt. Neustart drücke ich jetzt. Lass erst mal den Quarzen, oder? Ich habe auch... Ich bin...